Willkommen im computergestützten Hauptquartier der Regierung für operative Motorspionage. Um einzutreten, brauchst du eine Autorisierung und das supergeheime Passwort. Karamba! Zugang gewährt! Diesen Juli werdet ihr eure Autos nicht wiedererkennen. Los geht's! Werde ein Top-Agent von Chrome. Erfülle gefährliche Missionen und fahre Rennen um die ganze Welt auf über 20 einzigartigen Strecken. Beweise dein Können. Fahr richtig toll rückwärts! Zeige tollkühne Manöver und werde der schnellste Spion der Welt. Cars 2 – Das Videospiel Spione gesucht